Just let me go, a fan of your spell I love you so, it's just how to do that I lost my way and there's no command back And I'm all done, the love's all gone Yoho und Damen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth, Musik auf Überfall was leiser stellen Und es geht los, nach dem letzten Run, wo wir es endlich durchgeschafft haben Möchte ich jetzt noch mal einen Versuch starten, danach hatte ich noch einen Run gemacht Deswegen hatte ich mich so schlecht verabschiedet, es tut mir leid Aber dieser Run danach war nicht so gut Wir starten, wir haben 0, wie sieht das aus? Eden, Eden Tokens 1, Eden hat am Anfang also ein Item, glaube ich Magdalena, was haben wir hier mit Eden? Mit Isaac, der hat irgendwie so ein Herz oder so, ich weiß nicht, was das bedeutet Haben wir starten am Anfang? Nee, haben wir nicht Keine Ahnung, wir haben einfach nur ein Item, egal, guck mal was, was wird, mal gucken, wie ich es aufgenäutet Ich habe heute schon, er hat die letzten Tage so viel aufgenommen, ich habe richtig viel Zeit verabschiedet Weil, gestern vier Stunden, nee, gestern fünf Stunden, ähm, Range of Kings Und noch, Minecraft habe ich noch zwei Stunden auf Aufnahme, dann habe ich gestern, was habe ich noch? Ähm, nein, ich komme mich nicht drauf Dort habe ich jetzt noch drei Stunden aufgenommen, genau sowas Wow Sehr gut, okay, der kann nicht sprengen, nehme ich mit, mal schon was drin ist Das kommt Damage ab Gut, ist das kein Damage ab, aber vielleicht findet man einen Soul Stone Würde ich feiern, aber ich glaube, wohl eher weniger werden Das war klar, das war gut klar Das ist dann ein halbes Herz von meiner Wunder, ob ich ehrlich gesagt Aber okay Shit, ich habe jetzt nicht gedacht, dass der andere natürlich, dass der andere Pupsis auch mitgesprengt werden Das war so von mir Kann man durch Nein, du wirst mich mal ausprobieren Egal So, guck mal raus So, dankeschön Und ein Laser Baby An dem Mongo Friend Na, du schließt einfach noch mal drin, na egal Passt auch Nehmen wir mal eine Bombe nochmal No, dank So, okay An zwei Münzen lohnt sich also nicht den Raum aufzuschließen Hast vermutlich hier schon einen Bombenraum, äh, ein Save-Room Jawoll, heute läuft's Also jetzt Ja, toll Schauen, ob da was drin ist, aber ich glaube, es war weniger Ne, schade War, vielleicht kriegt man ein Item Aber ich glaube, es war weniger, dass wir jetzt ein Krieg, was aufladbar ist Gib mir meine Hand Gib mir mir Woah Was du tut? Wie krass ist das, please? Okay Okay Oh, close Warte Bam Und wir kriegen Damage in Range ab Geil, Damage ab Why not Haben wir hier auch was versprengen können Nein, haben wir nur Könnten eventuell Ja, wir müssen keine Bomben mehr Nächste Stage Läuft super bis jetzt Gefällt mir Ah, gestern war Alter Jetzt war aber auch ein übel verrückter Tag Da bin ich nach der Stadt gefahren am Ende Oh Bin dann die Stadt gefahren am Ende Und hab dafür erst mal mega Schon wieder so ein Ding Hab dafür erst mal mega Kohle bezahlt Für den Bus Der hat sieben Euro hin und zurück gekostet Und dann im Endeffekt Was war das Lied Was war das Ende vom Lied Das Geschäft, wo ich hinwolle Die Die Information, wo ich hinwolle Da hatte zu Und alle Geschäfte hatten auch schon zu Das heißt, ich bin für sieben Euro vollkommen Bis zu die Stadt gefahren Und hab dann Mir da eine Ah Hab mir dann da eine Location gesucht Und hab da Einfach an Pizza reingezogen War mega geil Mehr dazu gibt es dann im Vlog-Video Auf dem anderen Kanal Damage ab Ja, jetzt wird es aber ganz schön Also jetzt wird es ja langsam Ohlala Meine Stimme Ich merke schon, dass meine Stimme lang Der weg geht von dem ganzen Aufnehmen Ohlala Ich glaube, wenn ich heute Die Aufnahme gemacht habe Ich habe ja heute Ich habe ja auch noch Ich fange jetzt auch noch Auf dem Zweitkanal Ein neues Format an Neues Format auf dem Zweitkanal an Wo ich gleich auf Glänz-Videos Jeden Tag jetzt hochlade Wenn ich es schaffe Mal schauen, wie das ankommt Und Mal schauen Deswegen habe ich da jetzt auch gerade Eine Stunde aufgenommen Und jetzt innerhalb der letzten Zwei Tage Bestimmt Zehn Stunden Aufnahme Boah, gemein Wo bin ich jetzt reingeraten Ich weiß es nicht Ich könnte mit Schlüssel oder Herzchen holen Ich gucke später mal noch mal vorbei Da hinten aber noch mal Raum Ich hoffe ja gerade auf eine Bombe Und ich hoffe, dass ich meinen Sauerleut nicht verliere Das sind mega ätzend die Viecher Kommt der jetzt treffen müssen Da ist es Geht getroffen Sehr schön Leider nicht getroppt Okay Sorry, sorry Das sind zwei Sohn hat das sind zwei Sohn Komm schon Boah, wie schnell der down geht Und wie schnell der down geht BAMS Noch gekriegt Wie geil Es gibt Dinge Es gibt Dinge Ich glaube, habe ich hier Was bist du? Speed Upside Down Na gut Was kriegt man hier? Ich weiß es nicht genau Ich nehme es dich mit Auf jeden Fall Wir würden zu viel Herzen verlieren Ich kriege das Ding nicht Ah, wie behindert Ja, ich will das haben Boards of Steel Oh, nice Ist die Pille im Shop Vielleicht Boards of Steel Das wäre jetzt ja mega geil Ich kann ja die aufzeigen Aber ich habe einen Coin zu wenig Gut, dann nehme ich einen Schlüssel mit Stopp Schlüssel mit Und stecke da eine Mütze rein Schade, Alter Was hier alles rumliegt Was wir uns mitnehmen können Wenn wir eine Bombe hätten Aber leider nicht Alter, diese Herzen da überall Nächste Stage Ab nach unten Und ja Mal schauen, was wir hier jetzt kriegen Das Spiel rollt mich Komm schon, Bomben Oh, Bomben Nein Ich habe zu spät reagiert Das Spiel, ne Noch nicht deiner Mann Vielleicht später Schlüssel, okay Zwei Schlüsse Neh, mit Schlüssel sind es nicht schlecht Aber ich hätte gerne was anderes Eigentlich So, was haben wir hier Lockdown ist jetzt nicht unbedingt Dass wir nicht haben wollen So, zwei weg Ok, jetzt haben wir hier noch Nichts besonderes Das haben wir hier Aber das war jetzt nicht geplant Ich komme mit dem Billen Oh, ich komme mal durch Oh, bin ich hier reingegangen Ich gehe still in die Räume rein Ich weiß nicht warum Wenn wir wissen, dass wir da wieder keine Bombe kriegen Gut, oh Das ist gut, hier hinten Das ist natürlich Ich finde den Räume Schön easy Die Bombe werde ich Schleifung sein Irgendwann herz So, der kommt her Du auch Und Und jetzt noch die letzte Sehr schön Haben wir auch gekriegt Komm mal rein Okay Was bist du? Tierscher Alter Damage Ich will immer noch in zwei Not bad 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 Nein, das war so dumm von mir. Das war so dumm von mir. Oh, wir können fliegen. Fliegen. Oh mein Gott. Wir können fliegen. How cool is this denn? Wir können fliegen. Wir können fliegen. Wir können fliegen. Kann man denn hier noch irgendwas? Ah, der Bettler stimmt. Wir haben eine Menge Herzen. Na, komm her. Bad Rips. Hegelers Destruction. Oh. Liberty Cap. Okay. Un momento. Kurz sammeln Herzchen. Flup, flup. Ähm. Weiß ich genau, was Destruction jetzt gemacht hat. Ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, da haben wir noch ein bisschen was. Ich geh jetzt mal unten rein, falls wir hier unten Herzen wollen sollten. Endlich. Oh mein Gott, endlich. Oh mein Gott, ich hab Bomben. 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 Okay, das ist tot. Und da kommt noch dieser komische Wurm da. Und noch einmal Madis. So, super. Und eine Pille, was bist du? Brady Fly, juhu. Okay, wir haben kein Leben verloren. Das heißt, wir können auch mal zu dem Herrn hier. Ich mach mal eins. Ich glaub, ist nur noch so eine halbe gewesen. Eins. Contract. Contract. The Pact? Ne, das ist es nicht. Ah, das ist es, oder? Contract from Row. Double the pick-up drops, including chests, soul hearts, and all offer. Okay, wenn ich so weit verstanden habe, kriegen wir alles doppelt aus Kisten. Aber wir haben auch die Chance, eine höhere Chance, dass Doppelboss Gegner zu finden. Hätte ich vielleicht nicht sofort aufsammeln sollen. Egal. Mal schauen. Mal schauen, mal ein halbes. Ach, Boss hat aber schon Glück gemacht. Achso, dann passt. Dann passt, dass ich da war, ein Boss hat nicht gemacht. Komm mal nicht rein. So, down und down. Was bist du? Halbes Herz nach super. Das ging gut. Das ging gut. Normalerweise bin ich nicht so gut mit denen. Ich war da wieder super an zu werden. Alter, wir können fliegen. Bis du wie sehr dich fliegen kannst. Die fliegen kann. Wenn ich fliegen kann, die ganz werde ich immer geil. Jetzt noch mal hier Boah, krass, Alter, das war knapp Komm schon Oh, ich hab Bomben, ich hab Bomben, ich hab Bomben, wie geil Bombe und ein Saulhard Saulhard kann aus normalen Felsen trotten, wusste ich gar nicht Äh, normalen Flammen trotten Jetzt haben wir hier Oh, noch eine Toxic out, oh, Alter, es geht mir jetzt ab Oh, die Tears werden immer größer Moment bitte, kann man aber vielleicht Nein Schade Alter, die hat Damage Immer noch zwei, die machen gar nicht so viel Damage Kommt verdammt gut durch, Alter, what the fuck Nein, das war mit der Flasche So, das war schlecht, wir haben gerade eine halbe Sau davon, aber passt schon Ich schieße da glaube ich jetzt auch durch Felsen durch, ja Oh, Greed, Hallöchen der Herr Dankeschön Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön Dankeschön Oh, jetzt habe ich gut gedodcht. Die Doppel-Drops sind so geil. Hab ich hier noch was gehabt? Nope. Nope, was haben wir hier? So, das war easy. Oh, ein Doppel-Fünfer. Alter, bin in den Shop. Na, das war jetzt irgendwie fast voraussehbar, dass das passiert. Okay, wait. LOL, okay. Das Herzchen kann man uns ja wiederholen, das ist ja kein Problem. Das haben wir gar kein Herzchen. Okay, hoffentlich kriegt man keinen Schaden. So viel dazu? Ja, Bomben für den Auerraum, da könnte ich vielleicht reingehen, wenn wir jetzt den Boss ohne Schaden bekommen, dann könnte ich vielleicht in den Raum reingehen. Jetzt, ob der auch Herzen der Boss, vielleicht tropft er genug. Mal schauen. Mega-Fatty, oh nein. Das war, warum, warum Mega-Fatty, warum? Boah, das war klar. Boah, das war klar. Du springst ja so schnell. Boah, das war klar. Boah, close. Ein halbes Herzen tropft er schon mal. Äh, was bist du? Bracknen, boah, oh mein Gott. Da möchte ich den anderen Raum aber doch nicht riskieren, muss ich gestehen. Wie geht das bei der nächste Ebene? Vielleicht bekommt man gleich den Challenge, äh, den Money. Alter, was wir jetzt jetzt kaufen können? Das wird krass. Mit dem Double-Items? Boah, Alter. Aber das bringt mir auch gar nichts, Leute. Denn ich mache euch trotzdem Blatt. Mom's Pepper, glaube ich, was Geiles. Moment, Mom... Mom's Power, hier ist es nicht. Dann war es, glaube ich, bei den Binding of Isaac. Ah, genau, was? Ha, ja, Phonx, du Feindfrau, Saul Harz. Sehr schön, nehm ich mit. So, weg damit und du auch noch weg. Doppeldings und da sehe ich einen... Solar Stone. Thanks. Sehr schön. Nein. Oh, hier hat noch ein Solar Stone. Moment, ich muss weggehen. Nein, das ist keiner. Na gut, hier wollen wir nicht rein, noch nicht rein. Okay. Das war einfach. Was machst du, du? Wie spammst du oder gibst du ein rotes Herz? Gibst du ein rotes Herz, okay. Tschüss, Binnie. Doppel-Key. Und das ist mal hier. Ah, okay. Doppelbombe nehme ich auch mit... Oh. Auch nicht schlecht, auch mitnehmen. Und da haben wir den Job. Bam. 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 Will never leave you the moon. Ach genau, das war das. Okay. Okay. Ich bin jetzt kein Freund von dem Moon, aber... Kann man machen. Ähm, wir gehen jetzt mal in andere Räume rein. Hammer. Hammer hier, Soul Stone. Nope. Warte mal, hier komme ich rein. Bin hier komme ich nicht rein. Oh, Schade. Ja, das ist der, ähm... The Safe Moon. Aua. Aua, das ist gemein, das ist gemein. Das ist gemein. Das ist gemein, habe ich gesagt. Alter, guck mal auch damit. Spinner. Oh. Diese Spinner. So was mal hier. Temporary Anime. Oh, das ist nämlich... Das ist besser als andere. Gibt mal hier was. Zwei Talon-Rid-Cards. Temperors. Und die Depp. Oh, die Depp nehme ich mit. Na komm, hier mein Kleiner, das gibts zu mir. Juhu, danke dir. Was noch? Als wir kurz die Flamme ausmachen, dann krieg ich da noch rein mit meiner Geschwindigkeit. Das ist super. Okay, oh noch eins. Aber wenn wir eine höhere Chance auch lassen, stimmt ja. Einmal machen wir noch, komm. Oh, ne Goldene. Na komm, Robis weiter. Manni, okay, mehr Schlüsse nehme ich nicht aus, das behalte ich. Ja, aber einfach. Ähm. Dann gehen wir mal hier rein. Da kommen wir noch rein. Ja, gut, macht er keine. Sollte, 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 sollte. Gib mir sollte. Einigenschein auf den Run gefallen, wo ich dann am Ende an der Kerze gestorben bin. Was? Den Ernst? Äh, soll ich vielleicht mal hier ausmachen? Kriegst du mich echt noch am Ende mit diesem Ding? Das war nicht geplant, aber okay. Und noch eine Runde, der komische Wurm. Einer ist gar nicht der Wurm. Egal. Gib mir auch tot. 84 Hours Energy, okay. Da sind wir jetzt sehr fein gesetzt, das war natürlich jetzt unpraktisch. Ah, ist ja nicht schlimm, wir nehmen uns einfach die andere Karte mit. Der Emperors. Ich weiß gar nicht, was der Emperors macht. Ich weiß gar nicht, was der Emperors macht. War das hier? Nee. Hier, gell? Genau. Wir können eventuell die Energy dann nutzen, um dann, halt nochmal Energy zu machen. Aber erstmal durch den Emperors mitnehmen. Ich weiß nicht, was das macht. Der Emperors. Ah ne, der Emperors, nicht der Emperors. Der Emperors. So, warte mal her. Das muss ich aber nutzen. Schade. Schade. No, kommst du dein Ernst? Du? 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 D ?